Wir sind mitten in der Wüste auf dem Weg nach Chile. Wir haben uns ja in Potosi Dynamit gekauft. Jetzt ist die Zeit was hoch zu jagen. Wir haben uns lange überlegt, was sollen wir hochjagen? Eine Schule, eine Kuh, ein Polizeiauto, was weiß ich was. Wir haben uns dafür entschieden. Einfach Sand, Steine, ist es wahrscheinlich das Beste. Wir haben alles. Zünder, Sprengkapsel, Dynamitstange. Die wird jetzt vorbereitet und dann schauen wir was wir damit anrichten können. Roll it. Ja, Sprengkapsel. Zünder. Okay. Okay. So. Let's run. I look wrong. Okay. Nice. Das war's. Das war's.